Ich tätowier den Menschen. Halt los! BAMP! Ich habe uns das Problem, dass ich eine Krone angezogen bin. Das ist auch so ein Google-Office. Du kannst dich mal auf die Couch legen, ein bisschen ausruhen, Entspannung. So im Blick ist das, gell? Dieses Moderne. Guck, das ist ja nicht normal. Hier ist schon wieder der Alkohol. Seid ihr nur am Saufen oder was? Tony Hawk? Der war auf uns. Der war auf dem Festival bei uns. Das hat Tony Hawk unterschrieben. Ist er damit gefangen? Tony Hawk, crazy. Das ist der Kreditor. Ich will, dass du da bist. Ich freue mich auf das. Ich bin nervös hier. Ihr wollt einen seriösen Talk machen. Ich habe ein paar Stunden lang alles engagiert. Nein, ich auch. Keine unangenehme Frage. Nein, da habe ich gesprochen. Aber ich muss ja trotzdem ein bisschen... Ich habe gerade viele deine Action-Videos auf dem Typen, der da lebt. Ich habe an ihm gedacht, dass ihr wirklich hier zustande kommt. Joko Winterscheid. Tolles Anglencamp, bla bla bla. Drei Stunden nachdem vorbei war. Mein Kollege so und so, Podcast, Rodcast. Ich sage, was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Also, wo sitzt du? Wie du möchtest. Wie du möchtest. Wie du möchtest. Das ist total geil. So etwas habe ich ja auch noch nie gemacht. Und der Jäger. Jägermeister Leberkleister ist euer Ding. Ja, ja, ja. Ist auch ein Partner von uns. Ihr habt echt geile Partner. Gustavo Gusto, die beste Tiefkipitzer. Audi, klar. Wo da vorne? Ich sage euch das ohne Scheiß. Ey, guck dir das an. Hallo, 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 hallo. Wie professionell das hier ist. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe so einen billigsten USB-Mikrofon. So eine Nummer. Jetzt fange ich an zu talken. Halt los! Bam! Wie bei Neue Life damals. Die von oben. Wenn Jürgen Milski nichts mehr eingefallen ist. Ich mache jetzt 10 Geldpakets. Der spinnt. Dann kam die Stimme von oben. Der spinnt schon wieder. Das kann es nicht einfach machen. Alles vorher abgesprochen. Aber... Ja, ja, ja. In 5, 4. Ja. Ja. Ich habe da früher angerufen mit Bekloppen. Ich weiß. Der Jens aus Rastatt. Na klar. Wo willst du das hin? Aber nicht einfach so. Jetzt mache ich das. Nicht so. Ich habe die vorne. Ich soll die auch machen. Ja, ja klar. Wenn schon, wenn dann du. Oh mein Gott. Ich tätowiere den Menschen. Jetzt habe ich die irgendwie in die Haut. Egal. Das war wirklich widerlich. Das war wirklich widerlich. Das war wirklich widerlich. Ja, mein Gott. Sehr gut. Ich muss schon sauber machen da, Alter. Was ist das hier? Guck mal, Alter. Guck mal, wie viele her? Bis zum nächsten Mal.